Kaichi Tanami ist einer der einflussreichsten Künstler der japanischen Moderne. Miterfinder der japanischen Pop-Art, Grafiker, Covergestalter, erster Art-Director des japanischen Playboys und Kurzfilmer. Helmut Herbst, Spezialist für Animationsfilm, spricht über das Werk seines Kollegen. Stefan Adam war dabei. Was hier über mich hereinstürzt, sind Ausschnitte aus Kaichi Tanamis Film Goldfish Fetish aus dem Jahre 2002. Kaichi Tanami ist ein wichtiger Vertreter der japanischen Pop-Kunst und gilt zum Beispiel als Vorläufer von Takashi Murakami. Er wurde 1936 in der Nähe von Tokio geboren, ist also ungefähr im gleichen Alter wie ich. Seine Kunst speist sich aus drei Quellen. Das ist einmal die japanische Kultur der Edo-Zeit, zum anderen die amerikanische Pop-Kultur der Nachkriegszeit. Und das dritte, was er immer gerne anführt, sind seine Kindheitseränderungen. So zum Beispiel erzählt er gerne, dass seine Familie vor den amerikanischen Bomben in einem unterirdischen Erdkeller Zuflucht fand. Und neben diesem Erdkeller stand ein Goldfisch-Aquarium seines Großvaters. Und während also ringsherum die Häuser in Brand gerieten, spiegelte sich das Licht dieser Flammen in dem Goldfisch-Aquarium. Und das hat ihn tief beeindruckt. Das ist sozusagen eines dieser grundlegenden Motive, die auch im Goldfisch auch als Brandsymbol immer wieder auftauchen. Hunderte von Zeichnungen von Tanaami sind übereinander gestapelt. Und sie werden durch kurze Fahrten und Zooms miteinander verbunden, aber hauptsächlich durch das Element des Flickers. Ein Flicker ist ein sehr stark flackerndes Bild, was dadurch erzeugt wird, dass also positiv und negativ, schwarz und weiß, direkt einzelbildweise hintereinander montiert sind. Diese Stilmittel des Flickers war ein ganz wichtiges Mittel des Experimentalfilms der 60er Jahre, wurde aber schon 1929 von Ziger Werthoff im Mann mit der Kamera angewandt. In dem Nachbild auf der Retina, also im menschlichen Auge, verschmelzen also beide Bilder miteinander zu etwas Neuem. Dieser Flicker ist so etwas wie ein schneller Beat. Er erzeugt Trance, er soll Trance erzeugen. Und deswegen hat ihn Tanaami wahrscheinlich in seinem Film auch so häufig angewandt. Ausgangspunkt von Tanaamis Werk, von seinen Filmen, das ist die amerikanische Popkunst der 60er Jahre. Er ist ja damals in Amerika gewesen, hat Warhol in seinem Atelier besucht. Und da natürlich auch die Filme der amerikanischen Avantgarde, des sogenannten Psychedelic Cinema kennengelernt, was damals in Blüte war. Psychedelische Filme, das sind Filme, die auch mit dem Mittel des Flickers, Trance, Illusionen und den Eingang in die innere Welt propagierten. Wozu natürlich auch LSD gehörte, was Tanaami, wie er erzählt, in seinen Jahren in Amerika auch durchaus probiert hat. Das war ja damals legal. Und wenn der Film, den wir hier sehen, vielleicht auch von seiner Machart nicht so umwerfend ist, die Zeichnungen von Tanaami haben es in sich. Was sehr schön ist, auch ein altes Motiv, was er immer wieder benutzt, diese Zunge, die aus dem Mund herauskommt. Und da sitzt dann zum Beispiel so ein komischer Kopf drauf. Oder der Mann, der durch die Straßen geht und diese Straßen sind mit Matsch gefüllt. Und das ist praktisch nur immer ein Schritt vorwärts. Und man sieht richtig die Anstrengung, wie er den Fuß aus dem Matsch heraus. Und es ist nicht so wie bei der klassischen Animation, dass der Hintergrund getrennt ist von dem, was da im Vordergrund passiert. Sondern das ist alles ganz einfach in einem sehr einfachen Prozess, also in einem Ursprungsprozess, den es überhaupt gibt bei der Animation. So wie Emil Kuhl gearbeitet hat, alles auf einem Blatt. Und dadurch wackelt das natürlich und hat seinen ganz bestimmten Reiz. Seitdem ich keine Filme mehr machen kann oder mache, zeichne ich Comics und bin dadurch natürlich auch wieder vom Zeichnen her so ein bisschen in die Nähe von Tanaami gekommen. Ich verstehe jetzt besser, indem ich jetzt selber zeichne, auch in Anlehnung an frühere alte deutsche Buchmalerei oder Inkunabeln und sowas, wie die Arbeitsweise von Tanaami ist. Das ist sozusagen ein Ritual, was also bis ans Grab werden kann. Das ist einfach, es gibt ja die schöne Geschichte von Hukuzai, der mit 74 Jahren, glaube ich, starb. Und dann sagt er, hätte ich noch vier Jahre länger können, dann wäre ich vielleicht ein großer Künstler geworden. Und bei Tanaami ist es der ungeheure Fleiß. Und auch dieses Reservoir, was er hat von Eikens, ihm gehen also nie die Motive aus. Er greift immer wieder auf Motive zurück, wie die da drüben zum Beispiel an der Wand hängen, also Haugen. Und er verwandelt aber diese Sachen immer wieder zu irgendwelchen neuen, fantastischen Welten. Und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass er nur so als psychedelischer Künstler zum Beispiel in den Staaten wahrgenommen wird. Also er ist schon ein sehr, sehr guter Zeichner.